Hallo und herzlich willkommen meine lieben Abonnenten zu einem kleinen Infovideo. Ja, ich werde jetzt hier im Minecraft Bildschirm sein und einfach nix machen. Es ist einfach nur zum Zuhören und bitte schaut das Video zu Ende. Ja, ihr seht, ich habe 439 Abonnenten, was ich ziemlich geil finde. Und ich habe ein Ziel. Wir haben jetzt den 15. September und übernächste Woche habe ich Schulferien. Also da beginnt meine Schulferien bzw. da muss ich dann arbeiten in der Woche, ist obligatorisch. Und nach dieser Woche, sprich, ich kann hier kurz schauen. So, am 24. beginnt die Ferien offiziell. Da bin ich dann am Arbeiten bis am 28. Und am 1. Oktober habe ich dann so richtig Ferien bis 15. Oktober. Und ich möchte, wenn das möglich wäre, bis zum 13. Oktober 500 Abonnenten. Und da müsst ihr mir helfen. Das sind noch 3 Wochen circa. Ne, ist circa ein Monat. Und ja, ich brauche eure Hilfe. Das ist wichtig. Denn ich habe ein Special schon vorbereitet. Alles schon geplant. Die Einstellungen und alles sind gemacht. Was es für ein Special wird. Dann, das sage ich euch erst, wenn wir die 500 Abonnenten-Marke geknackt haben. Und ja, das Special kann ich ja erst machen, wenn ich wirklich sicher bin. Jetzt komme ich nicht mehr unter die 500. Also wenn ich so 501, 502 habe, kann man locker wieder unter die 500 kommen. Und das möchte ich nicht. Also ab 510 wird dann ein Special kommen. Und dann wird ein Termin für das richtige Special dann abgemacht. Und ja, wie ihr jetzt ins Spiel kommt. Moment, ich habe kurz den Faden verloren. Ja, ich habe eine Bitte an euch. Macht bei euren Freunden Facebook, keine Ahnung was, Werbung für meinen Kanal. Schickt ihnen den Link. Schau mal bei dem vorbei. Abonniere ihn, wenn er dir gefällt. Und das ist mir sehr wichtig. Denn ich möchte das Special richtig, recht schnell machen. Just for you. My lovely subscribers. Ja, das wäre natürlich eine ganz geile Sache. Dann hätte ich CK in 5 Monaten 500 Abonnenten gemacht. Wenn ich dann am, was war es jetzt, 13. die 500 hätte. Und das wäre wirklich richtig hammergeil. Und ich bitte euch nochmal, macht Werbung für mich. Macht viel Werbung für mich. Geht auf Facebook, teilt meinen Channel, damit es alle eure Freunde sehen. Vielleicht kommt da jemand, ich weiß es nicht. Oder so. Es würde mich echt freuen. Und das wäre es auch schon für das Video. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und tschüss.